Du bist dir unsicher, was rhetorische Mittel sind und wofür du sie brauchst? Dann lerne in unserem Video 5 rhetorische Mittel und ihre Wirkung anhand von Beispielen kennen. Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Rhetorische Mittel sind ein wichtiger Bestandteil der sprachlichen Gestaltung von Texten. Der Ursprung der rhetorischen Mittel liegt in der gesprochenen Sprache. Denn Rhetorik bedeutet übersetzt Redekunst und bezieht sich damit vor allem auf den mündlichen Vortrag. Außerdem sind rhetorische Mittel eine Form von Stilmitteln. Rhetorische Mittel beziehen sich nämlich in erster Linie auf die gesprochene Sprache, Stilmittel allerdings auch auf die geschriebene Sprache. Im Alltag benutzt du die Begriffe rhetorische Mittel und Stilmittel aber häufig als Synonym. Schauen wir uns ein paar Beispiele genauer an. Das erste rhetorische Mittel verwendest du wahrscheinlich schon in deiner Alltagssprache, ohne es zu wissen. Die Rede ist vom Anakolut. Anakolut. Beim Anakolut kommt es zu einem Satzabbruch, wie zum Beispiel in Goethes Briefroman Die leiden des jungen Werther. Sie ist wieder in der Stadt bei einer Freundin. Und Albert. Und. Ich muss fort. Hier wird die begonnene Satzkonstruktion nicht richtig fortgesetzt. Denn der Gedanke nimmt mitten im Satz eine andere Richtung. Wie du siehst, wirkt der Sprecher Werther dadurch sehr verwirrt. In einem Referat solltest du das Anakolut daher unbedingt vermeiden. Unser nächstes rhetorisches Mittel kennst du vielleicht als Verkleinerungs- oder Verniedlichungsform. Beim sogenannten Diminotiv bildest du mit den Suffixen chen und lein eine Verkleinerungsform. Aus Haus wird dadurch Häuschen und aus Mann wird Männlein. In der Literatur setzt man das Diminotiv auch zur Verharmlosung ein. Zum Beispiel sagt man Problemchen statt Problem. Oder es dient zur Abwertung wie bei Männlein. Ein bekanntes Beispiel aus der Literatur ist Goethes Figur Gretchen aus Faust 1. Die Koseform für Margarete zeigt hier, wie unschuldig und naiv das junge Mädchen noch ist. Du möchtest kostenlose Bildung unterstützen? Dann abonniere unseren Kanal! In poetischen Texten wird dir auch oft das rhetorische Mittel der Inversion begegnen. Bei der Inversion wird die übliche Wortreihenfolge umgestellt. Das erkennst du am Ende von Goethes Gedicht Erlkönig. In seinem Beispiel kehrt Goethe die bekannte Wortreihenfolge um. Man würde eigentlich erwarten, das Kind in seinen Armen war tot. In Gedichten muss oft die Reihenfolge umgekehrt werden, um das Metrum oder Reimschema einzuhalten. Aber die Inversion kannst du auch nutzen, um bestimmte Satzteile besonders zu betonen. In unserem Fall wird dadurch das letzte Wort Tod stärker hervorgehoben. Dass sich die deutsche Sprache ständig verändert, merkst du in unserem nächsten Stilmittel, dem Neologismus. Dabei handelt es sich um eine Wortneuschöpfung. Das Wort existiert also in der Form noch nicht im Deutschen, bis es nach häufigem Gebrauch in die Alltagssprache einfließt. Besonders oft triffst du auf Neologismen in der Werbung oder in Gedichten. Zum Beispiel taumelbunte Welt aus Hermann Hesses Gedicht Friede. Auch Wörter aus der Jugendsprache wie chillen zählen zu den Neologismen. Neue Begriffe machen besonderen Eindruck und bleiben im Gedächtnis. Die Bedeutung kannst du dann oft erst aus dem Text erschließen. Auch der Pleonasmus gehört zu den klassischen rhetorischen Mitteln. Dabei werden sinngleiche Wörter miteinander verbunden. Das heißt, es kommt zu einer überflüssigen Häufung von Wörtern mit gleicher Bedeutung. Das ist zum Beispiel bei Weißer Schimmel oder Tote Leiche der Fall. In Gedichten kommen Pleonasmen vor, um bestimmte Textstellen zu betonen. Im Referat solltest du Pleonasmen aber unbedingt vermeiden. Denn sie wirken unprofessionell, weil sie viele überflüssige Wörter enthalten. Klare, treffende Begriffe sind hier viel besser geeignet. Fassen wir noch einmal kurz die Wirkung rhetorischer Mittel zusammen. Mit den rhetorischen Mitteln kannst du deinen Vortrag besonders überzeugend und lebendig gestalten. Durch neue Begriffe oder eine ungewöhnliche Wortstellung lenkst du die Aufmerksamkeit deines Lesers oder Hörers auf bestimmte Stellen. Dein Text wird dadurch auch emotionaler und weckt Interesse. Aber Vorsicht! Übertreibe es nicht mit rhetorischen Mitteln. Deine Texte sind schließlich wissenschaftliche Arbeiten und keine Gedichte. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen rhetorischen Mitteln. Wenn du noch mehr kennenlernen willst, dann schau dir noch unbedingt unsere Videos zu den Stilmitteln an. Viel Spaß dabei! Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.